Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen zum Tele-Stammtisch zu unserer Besprechung von Wie wilde Tiere. Oder, er hat einen so schönen Original-Titel, Asbestas, wie er heißt. Ich bin es du und heute bei mir ist die Lida. Grüß dich, Lida! Hallo! Lida, wir beide sind keine wilden Tiere. Wir wissen, was Zucht und Ordnung und Anstand ist und vor allem Menschlichkeit. Und jeder gute menschliche Podcast, wo eine Besprechung beginnt mit der Inhaltsangabe und die überlasse ich jetzt mal dir. Der Film spielt in Galicien in einem kleinen Bauern-Dorf. Wir sind hier also im katalanischen Teil von Spanien, wo sich ein französisches Paar, Antoine und Olga, niedergelassen haben. Sie verkaufen Bio-Gemüse, sie haben eine Bio-Farm, sie hoffen Touristen, die schon vereintet sich in dieser Gegend blicken lassen, anzulocken. Indem sie unter anderem auch alte, verlassene, verfallene Häuser auf eigene Kosten wieder herrichten. Aber das gefällt nicht allen Leuten im Ort, da so gut wie die beiden da agieren und was die für die Zukunft des Ortes planen. Insbesondere mit einem benachbarten Brüderpaar gibt es Streit. Han, ich hoffe ich spreche den Namen jetzt richtig aus, ich kann natürlich kein Katalanisch, und sein geistig beeinträchtigter Bruder Lorenzo provozieren immer wieder, insbesondere Antoine, von dem sie sich erniedrigt und beleidigt fühlen und an dem sie sich auch stören, dass er gegen ein bestimmtes Erschließungsprojekt in dieser Gegend, eine norwegische Firma, möchte Windräder dort bauen und hat der ansässigen Bevölkerung eine relativ hohe Summe geboten, damit sie ihr Land eben aufgeben und dort dann beschlossen der Windpark gebaut werden kann. Was natürlich nur geht, wenn alle zustimmen, wenn einer das blockiert, geht es nicht. Und dieser eine, der es blockiert, ist abgesehen von einem sehr alten Nachbarn, Antoine. So entstehen also diese Animositäten, die sich immer weiter hochspitzen von Provokationen, schließlich Sabotage und, wie wir wissen, da das Ganze auf einer wahren Geschichte basiert, Mord. Vielen Dank. Für alle, die jetzt den Kinostartig abwarten wollen, du hast es schon gesagt, das basiert auf einer wahren Geschichte, auf einen Mordfall, der wurde bereits in der Dokumentation Santualala, bevor ich das richtig aufgesprochen habe, thematisiert. Hast du diese Dokumentation gesehen? Ich habe nicht die Dokumentation gesehen, aber ich habe mich sowohl davor als auch nach der Sichtung des Films ausführlich darüber belesen, da mich das in der Tat sehr interessiert hat, wie nahe die Handlung an der Realität ist. Und ich kann euch das sagen, sehr nah, das hat mich erschraunt. Und was dann jetzt eigentlich die konkreten Ursachen waren, wie lange das Ganze zurückgeht und so weiter. Bis in die deutsche Presse hatte, ist dieser Fall nicht geschafft. Der blieb also eine Art Lokalereignis, was da aber relativ große Wellen schlug. Und ganz interessant ist auch, dass der Film der Ehefrau, der Figur, die im Film Olga heißt, in der Realität heißt sie Margot, gewidmet ist. Ich wusste über den Film nicht so viel, als ich ihn dann geguckt habe. Und ich dachte so, zu Beginn ist es vielleicht einfach so eine typische Geschichte über dieses schöne Wort Gentrifizierung. Weil wir haben ja hier diesen Antoine und Olga, die sind ein bisschen vermögender als die anderen Dorfbewohner. Die bringen halt ein bisschen, ich sag mal, ich möchte nicht sagen Fortschritt, aber sie haben ja schon so ihre eigene Art und Weise des Lebens. Sie möchten ja auch nachhaltiger ihre Landwirtschaft betreiben. Und das alles stößt ja so auf die Missgunst. Und es wäre, also ich dachte wirklich zuerst, dass es so ein Film wird, wo es darum geht, dass da jemand ist, der diese, ja ich möchte mal sagen Dorfromantik stört und der dann vertrieben wird. Es wird aber relativ schnell klar, dass dem nicht so ist, dass im Prinzip diese Dorfromantik quasi der wahre Aggressor ist. Und das fand ich ganz spannend. Ich muss aber auch sagen, das gebe ich glaube ich noch mit auf den Weg, Ich fand es auch schön, dass der Film nach und nach auch die Motivation gerade der beiden Brüder aufdeckt, sodass ich am Ende nicht in so einer Art moralischer Partsituation gefangen war. Dafür sind die Dinge, die da passieren, einfach zu krass. Trotz allem ist der Film sehr gut darin, wirklich beide Seiten darzulegen und aufzuzeigen, was sind ihre Antriebe. Was sagst du dazu? Genau das ist für mich auch die ganz große Stärke des Films, dass wir mit einer scheinbar klaren Wut und böse Situation anfangen. Es sieht hier so aus, als hätten wir das fortschrittliche, sympathische, Bio-Gemüse anbauende Paar, das natürlich durchschaut hat, dass die norwegische Energiefirma, die da einen Windpark bauen will, zum einen den Anwohnenden nicht das Geld gibt, das das Land eigentlich wert ist. Es ist viel für die armen Menschen, die da leben, aber es ist nicht so viel, dass es ein wirklich gutes Geschäft wäre und zum anderen, dass diese Windräder nicht wirklich eine ökologisch sinnvolle Alternative sind, weil sie eben das Land, das dort ist, seiner Ursprünglichkeit zerstören und auch nicht so umweltverträglich sind, wie es denn nach außen hin scheint. Und dass da auch Infrastruktur und so weiter kaputt geht und natürlich dieses Ganze historisch auch wertvoll gewachsen ist. Aber dass wir dann mit der Zeit sehen, wie Gott und intolerant eigentlich dieses Paar ist, das dahin gezogen ist, wie selbstgerecht die sind und dass die auf eine Weise indirekt die Bevölkerung angreifen, die noch wesentlich fundamentaler ist oder zumindest genauso fundamental, wenn auch nur auf andere Art, wie der Angriff, der dann irgendwann zurückkommt. Denn was die beiden einfach machen, ist für ihr eigenes Idyll unter dem Deckmantel eines altruistischen Motives, die einzige Zukunftsperspektive, die all diese Leute dort haben, zu zerstören. Und das ist sehr, sehr egoistisch und was einem auch immer mehr übel aufstößt, oder vielleicht nicht jedem, sondern nur den Leuten, die darauf entweder achten oder selbst aus der Unterschicht kommen, nämlich wie arrogant sich dieses Paar verhält. Oder wie subtil die zum Beispiel Altruismus als, oder wie subtil die Egoismus als Altruismus auch ausgeben, wenn die diese Hütten da alle reparieren und sagen, oh, wir investieren hier unser eigenes Geld, nur damit Leute wieder herkommen. Aber die einzigen Leute, die sich das leisten können, in diese Hütten zu ziehen und die komplett wieder zu sanieren und herzurichten, sodass sie wirklich wohnlich wären, sind reiche Leute. Was wieder dazu führen würde, dass die Armen vertrieben werden und dass ein ganz direkter Konkurrenzkampf auch entsteht, weil die Eiden ihr Bio-Gemüse, was angeblich besser ist, weil es aus Frankreich kommt, da anbauen und die Bauern ihren Ertrag nicht mehr verkaufen können. Also keineswegs so klar gezeichnet, wie man meinen könnte. Ja, wobei ich auch ganz versagen muss, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber es passieren auch im Laufe des Films halt Dinge, die es für mich dann schon einfacher machen, auf welche Seite ich mich schlagen würde. Nichtsdestotrotz ist das hier kein Schwarz-Weiß-Gefil, in dem wir uns befinden. Und vor allem ist es ein, in Anführungszeichen, schöner Film über verletzte Männlichkeit, weil ja gerade Antoine und dieser Bruder Xan oder Xen, ich weiß auch nicht, wie man ihn richtig ausspricht, ja wirklich aneinander geraten. Das sind teilweise Szenen, die so intensiv sind und so unangenehm anzusehen sind, weil ich mir immer dachte, Kinder, was habt ihr für Probleme? Weil sie es ja nicht mal schaffen, sich miteinander zu unterhalten. Es kommt ja keine Kommunikation zustande. Irgendwann geht es nur noch immer von einer Konfrontation zur nächsten. Und das ist von Regisseur Rodrigo Sorogoyen sehr gut eingefangen. Also er setzt sich auf Schockeffekte, so ist es nicht. Aber er schafft es trotzdem, die Spannungskurve sehr, sehr schön hochzuhalten, finde ich. Ja, der Film hat eine Atmosphäre subtiler, sich langsam steigender Bedrohlichkeit, die ohne dass es zu bestimmten Jumpscares oder den typischen Horror- oder Thriller-Elementen und Stilereien gegriffen wird, sich sehr, sehr beunruhigend anfühlt. Und das ist auch eine große Stärke des Films. Und wie du schon sagtest, ich würde sogar das noch erweitern. Es geht nicht nur um verletzte Männlichkeit, es geht auch um toxische Männlichkeit. Diese bestimmten Ideale davon, was Stärke, was Macht und männliches Auftreten sei, bei der, die beide haben, der eine nur in einer etwas, ja, man könnte fast sagen, so urbaneren Version als diese Bauernleute, die da jetzt mehr die rurale Version, die noch atavistischer ist, von Männlichkeit vertreten. Und wir sehen auch eine sehr interessante, anegorische Szene, in der da ein Wildpferd ja in einer Art rituellen Seemung auf den Boden gerungen wird. Und was uns dann in einer späteren Szene, die ich jetzt nicht vorwegnehmen will, nochmal begegnet. Und da sehen wir eben auch diese Verherrlichung von einer bestimmten Art maskuliner Gewalttätigkeit. Denn eigentlich ist das ja furchtbar, mit so Grausamkeiten ein Tier auf den Boden zu drücken. Man fragt sich auch, warum. Aber dass das nicht einfach nur darum geht, wir wollen hier Pferde oder Tiere zähmen, sondern es geht wirklich um diese Demonstration männlicher Kraft, mit der alle da aufgewachsen sind und die auch in diesem vermeintlich bereisten, belesenen, ach so zivilisierten Stadtmenschen noch vollkommen so verankert ist. Ich finde auch, dass der Film eine Art Bruch hat irgendwann. Es passiert eine Szene, die sehr, ich sag mal, drastisch ist, die ich auch wirklich toll fand, auch unglaublich unangenehm. Und danach, finde ich, geht es, da ist die Frau von diesem Antoine, die Olga, wesentlich mehr im Fokus. Und ich hatte das Gefühl, dass es jetzt dann um dieser Phase des Films vor allem geht, um den Umgang mit Machtlosigkeit. Das fand ich ganz interessant, weil wenn man den Film so ein bisschen Revue kapitulieren lässt, ist es ja so, dass diese beiden katalanischen Brüder zu Beginn quasi so mit Machtlosigkeit umgehen müssen. Nämlich die Machtlosigkeit, dass da eben dieses Pärchen kommt und etwas von ihnen wegnimmt, was eigentlich ihnen gehört und natürlich dann, dass sie, ja, von ihnen sich auch provoziert fühlen. Und dann in der zweiten Hälfte ist es so, dass dann die Olga sich mit Machtlosigkeit abflagen muss. Und es ist ganz interessant, wie beide Parteien mit dieser Machtlosigkeit umgehen. Wie fandest du denn das, dass der Film quasi nach, es ist nicht genau die Hälfte, aber ich würde sagen, schon nach über einer Stunde halt diese Art Bruch hat? Das hat mir auch sehr gut gefallen, insbesondere weil wir jetzt hier nämlich eine Art Spiegelung haben. Wir sehen jetzt nämlich das weibliche Verhalten und die weibliche Perspektive. Und diese Machtlosigkeit ist auch durchaus eine beidseitige. Denn auch die Aggression der Brüder läuft jetzt auf einmal ins Leere. Der Windpark-Deal ist offenbar vom TÜV. Das heißt, ihre ursprüngliche Zielsetzung ist nicht mehr so vorhanden. Denn diese Frau bestellt ja nur noch jetzt ihr Land alleine. Und wenn sie jetzt auch die Frau beseitigen würden, dann wäre der Mordverdacht ganz klar auf ihnen. Sie können da also nicht weiter vorgehen. Zugleich ist ihre männliche Aggression, die immer einen männlichen Gegner erfordert, da eine Frau aus diesem altertümlichen Männerbild her gesehen von Anfang an eine unterlegene Gegnerin ist, ist sie auch keine würdige Gegnerin. Insofern läuft die jetzt ins Leere. Und die wissen nicht mehr so richtig, was sie machen sollen. Denn anders als Antoine lässt sie sich durch deren Gegenwart auch nicht ovozieren und nicht erschrecken. Und das würde die also zwingen, irgendwas ganz Konkretes zu machen, was sie nicht wirklich können. Insofern haben wir jetzt hier also diese Sinnlosigkeit auch. Dass das, was geschehen ist, diese extreme Gewalt, dieser gegenseitige Kampf, auf einmal sich in seiner ganzen Sinnlosigkeit enthüllt. Und dadurch noch, ja man möchte sagen kindisch, aber dazu ist es eben zu brutal, zu bösartig. Da steht, es gibt eigentlich hier nur Verlierer. Niemand gewinnt, niemand kriegt am Ende, was er oder sie wollte. Vor allem, weil sie, also die Olga, ja auch was aufgibt dann im Laufe der Handlung. Nämlich ihre, also sie hat ja eine Tochter, eine erwachsene Tochter, die dann auch zu Besuch kommt. Es gibt eine sehr schöne Aussprache in der Küche. Wo mir auch aufgefallen ist, dass die Kamera davor bei diesen Dialogszenen, davon gibt es eine Menge in dem Film, meistens immer sehr statisch ist. Aber gerade in dieser Küchenszene, wenn halt Mutter und Tochter sich unterhalten, dann, ich will nicht sagen, dass sie zirkuliert, aber dann hat sie etwas, dann bewegt die Kamera sich auch mal. Dann geht sie mit den Parteien mit, quasi fast so, als ob der Film selbst unsicher ist, welcher Partei er jetzt gerne zugehörig sein möchte. Das fand ich eine sehr starke Inszenierung, die meistens halt sehr subtil ist, aber halt immer auch sehr fokussiert. Das fand ich herausragend. Ja, die Kamera ist eine große Stärke des Films. Auch die Dialoge sagen sehr viel aus. Oft ist es ja ein Film so, dass man Dialoge hat, die mehr funktional angerichtet sind. Aber hier nehmen auch bestimmte Aussagen im Nazi-9 eine ganz andere Bedeutung an oder enthüllen Dinge, ohne es zu plakativ zu gestalten. Zum Beispiel, wenn Antoine in einer frühen Konfrontation mit den Brüdern sagt, wenn er eben danach gefragt wird, was denn eigentlich seine Interessen sind, warum er denn diesen Windpark-Deal boykottiert, wenn er dann sagt, das hier ist mein Zuhause, was erstmal so schön klingt so, ich bin hier heimisch geworden, ich fühle mich als einer von euch. Was aber tatsächlich ausdrückt, wie sehr er dieses gesamte Gebiet bereits als sein Eigentum ansieht und sich als selbst als denjenigen, der bestimmt was damit gemacht wird. Auch wenn alle anderen das andere wollen. Er, Antoine, tut ja so, als ob das Demokratie wäre, dass er die Entscheidung aller anderen blockiert, indem er sagt, es will diesen Windpark-Deal. Aber tatsächlich wäre ja Demokratie, wenn er sagen würde, okay, ich sehe, dass die Mehrheit etwas anderes möchte, darin schließe ich mich dem an oder beuge mich dem, insbesondere, weil es ja negative Motive gibt, das andere zu wollen. Aber das macht er eben nicht. Und diese enthürmenden, subtilen Dialoge mit genau Zeiten, wo jemand steht und wo eigentlich auch diese Ignoranz ist, diese Mauer im Kopf, über die Leute nicht über ihre eigene soziale Grenze hinwegsehen können, insbesondere die Hörergeschichten können, einfach nicht die Perspektive der Unteren sehen, sondern fühlen sich von Anfang an schon immer recht und dann noch selber als die Angegriffen. Das ist ja generell dieses Paradox, was wir auf einer Gesellschaft haben, dass die Mittelschicht ist, insbesondere immer glaubt, sie seien die Attackierten, die Bedrohten, alle seien gegen sie, aber sie seien zugleich auf ganz Arme dran und ganz mutige Vorkämpfer. Also sehr gut analysiert. Hast du noch etwas, was dazu, wie wilde Tiere loswerden möchtest, außer deinem Fazit? Nein. Gut, dann kannst du jetzt gleich dein Fazit dranhennen. Wie ich schon sagte, ein auf psychologischer, soziologischer und dramaturgischer Ebene wunderbar ausgefeilter Film, der trotz seiner Länge spannend bis zur letzten Minute ist. Hier zahlt es sich wirklich aus, dass manche Szenen sie etwas mehr Zeit nehmen, der sowohl sehr gut mit Allegorien und Symbolik arbeitet, ohne aber in etwas völlig Abstraktes abzudriften und der aus dieser realen Story, ohne zu weit von den tatsächlichen Begebenheiten abzurücken, wesentlich mehr macht als nur einfach einen spannenden Krimi. Also von mir eine klare Empfehlung. Von mir auch eine ganz, ganz klare Empfehlung. Das ist ein superb inszenierter, wunderbar gespielter, sehr intensiver, sehr einnehmender Film. Behandelt interessante Themen, wie zum Beispiel das Thema Machtlosigkeit. Hat mich wirklich vollends vereinnahmt, der Film. Ich werde mir versuchen, den jetzt nochmal anzugucken, wenn der im Kino läuft. Der sollte gesehen werden, der ist wirklich ganz, ganz hervorragend. Dementsprechend beenden wir diese Besprechung mit einer doppelten Empfehlung. Vielen Dank fürs Zuhören. Und denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Auch auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de Ich sage auf Wiedersehen und Lieder. Dir gebührt das letzte Wort. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Euer Andi. Gerald mounts Gold. Schildern. Vielen Dank.